Friedrich Nietzsche, wie man angreifen soll. Die Gründe, um deren Willen man an etwas glaubt oder nicht glaubt, sind bei den allerseltensten Menschen überhaupt so stark, als sie sein können. Für gewöhnlich hat man, um den Glauben an etwas zu erschüttern, durchaus nicht nötig, ohne weiteres das schwerste Geschütz des Angriffs vorzufahren. Bei vielen führt es schon zum Ziele, wenn man den Angriff mit etwas Lärm macht, sodass oft Knallerbsen genügen. Gegen sehr eitle Personen reicht die Mine des allerschwersten Angriffs aus. Sie sehen sich sehr ernst genommen und geben gern nach.